Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste jetzt schon, ne, also ich hab das Samt mehr gesehen und musste bestätigen, dass ich 18 bin, was gar nicht stimmt, weil in Wirklichkeit bin ich nämlich 12, das weiß ich nämlich keiner, also mit 10 Jahren fing das an mit meinem Bartwachstum, aber ist ja egal. Und ihr wolltet den Vorschlag, ne, also ihr habt mich gefragt, kann ich da drauf reagieren und ja, ihr wollt den Vorschlag und damit mach ich natürlich eure ganze Kindheit kaputt, weil jetzt kommt endlich die Wahrheit hier raus, was Kajo für einer ist. Können wir jetzt kacke gehen? Leo wird jeden Moment unfruchtbar sein. Unfruchtbar, das war Cartman. Ups. Kajo wollte mit Unterhosen und Leo in seine Mabel gehen. Hier kommt Sacktronaut Kajo. Warum macht man sowas? Dino ist ne Hackwurst. Ja. In ein paar Stunden bin ich wieder hier. Nein. I'm a player in the labor. Ich bin dein Vater. Nein, doch. Ich bin dein Vater. Nein, doch. Stellt euch mal vor, so wäre die Szene in Star Wars gewesen genauso. Ich bin dein Vater. Nein, doch. Oh. Ich bin deine Mutter verarscht. Total bescheuert, aber es wäre voll witzig. Da ist er. Irgendwann später. Ja, schön. Wiedersehen. Komm, ihr Kackwahscht. Komm, ihr Kackwahscht. hatte ich damals aber auch auf dem spielplatz hatte ich immer auch eine waffe dabei haben mir meine eltern gesagt dass ich mir immer meine glock mitnehmen soll falls ein kind oder so wir meinen lkw wegklaut also wegnimmt also ich brauche keine hilfe das war ein cooler quickie scheiße also ich muss sagen die ds hat mich mit dem strahl übelst cool gemacht also ich will gar nicht wissen was hier für eine arbeit drin stecken wie heißt noch mal die die schwester von kayo ich fand ich fand einfach mal die wende clips einfach übelst cool also hier einmal so cool gemacht richtig 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 geil danke für den vorschlag und schon ein schönes restwochenende und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wenn ihr mehr vorschläge schickt sie mir gerne über instagram twitter macht ihr ähnlich ich weiß aber schreibt einfach in die kommentare rein und ja bis dahin haut rein und tschüss